Hey Leute, wie könnt ihr Deutsche im Alltag besser verstehen? Genau das schauen wir uns jetzt mal an. Los geht's! Wie ihr garantiert schon wisst, gibt es manchmal einen großen Unterschied zwischen dem, was ihr in der Schule lernt, und dem, wie die Deutschen dann in der Realität sprechen. Und genau diese Kleinigkeiten, die ihr kennen müsst, schauen wir uns jetzt in diesem Video mal ganz genau an. Beginnen wir mit lockeren Begrüßungen und Verabschiedungen. In der Alltagssprache hört man selten Guten Tag oder Auf Wiedersehen. Stattdessen nutzen die Leute diese Alternativen. Beginnen wir mit den Begrüßungen. Hey, na, was geht oder wie läuft's? Schauen wir uns dazu mal zwei kleine Beispielkonversationen an. Hey! Hey, wie läuft's? Gut, danke. Und bei dir? Alles bestens. Na, was geht? Nicht viel. Und bei dir? Auch nicht viel. Was machst du später? Dann kommen wir zur Verabschiedung. Und auch hier hört man im Alltag, wie gesagt, relativ selten Auf Wiedersehen. Stattdessen hört man auf das. Ciao, mach's gut, bis später oder Hau rein. Ciao, mach's gut und bis später sind relativ normale Verabschiedungen, auch in der Alltagssprache. Hau rein ist eher für Jugendliche. Ja, das ist also eher Jugendsprache. Also, wenn ihr schon über 30 oder 40 Jahre alt seid, solltet ihr diese Verabschiedung nicht benutzen. Auch hierzu zwei kurze Beispielkonversationen. So, ich muss los. Mach's gut. Ciao, bis dann. Also, bis später. Also, insgesamt kann man sagen, diese Ausdrücke klingen ein bisschen familiärer und auch interessanter. Vor allem das kurze Na wird oft verwendet und ist für Anfänger ein bisschen verwirrend, weil es keine Frage ist. Es ist eher eine Einladung zum Smalltalk. Ich kann also einfach zu dir kommen und sagen Na und dann verstehst du, dass ich mit dir eine kurze Konversation haben möchte. Dann kommen wir zum Teil 2 und das sind die typischen Füllwörter. Man nennt sie auch Partikel. Hierzu kurz ein kleiner Hinweis. Die Partikel im Deutschen sind relativ kompliziert und gar nicht so einfach zu erklären. Wenn ihr aber dazu und noch zu vielen anderen Themen mehr und genauere Erklärungen möchtet, dann kann ich euch empfehlen, in meinem Kanal Mitglied zu werden. Für nur 15 Euro im Monat bekommt ihr mittlerweile einen kompletten B1, B2, C1 und auch C2 Kurs. Dazu gibt es noch Prüfungstraining für jedes Niveau und viele weitere Videos wie Bewerbungstraining, Aussprachetraining, Wortschatztraining und so weiter. Und so könnt ihr euch dafür anmelden. Und um euch dafür anzumelden, klickt einfach unter meinen Videos kurz auf den Button Mitglied werden. Also erstmal eine kurze Erklärung. Was machen diese Füllwörter oder auch Partikel? Oft haben sie keine klare Bedeutung. Das heißt also, wenn man sie alleine benutzt, bedeuten sie nichts. Aber sie haben immer eine kleine spezielle Funktion und in der Regel machen sie die Sprache ein bisschen weicher und auch lockerer. Wir schauen uns jetzt mal die vier wichtigsten an und wie gesagt, noch mehr gibt es in den Videos für Mitglieder. Nummer 1 ist denn und eigentlich, das habt ihr garantiert schon 100 Mal gehört. Das ist der Partikel, würde ich sagen, den die Deutschen am meisten benutzen. Und welche Funktion hat dieser Partikel? Dieser Partikel hat die Funktion, eine Frage interessanter zu machen. Ich kann ganz einfach fragen, woher kommst du? Ich kann aber auch fragen, woher kommst du denn? Oder woher kommst du eigentlich? Es gibt sogar auch die Kombination aus beiden. Woher kommst du denn eigentlich? Und ich würde sagen, die meisten Deutschen benutzen mindestens bei 50% aller Fragen, die sie im Alltag stellen, einen oder auch beide von diesen Partikeln. Natürlich geht das auch für Ja-Nein-Fragen. Kommst du morgen? Kommst du denn morgen? Kommst du eigentlich morgen? Oder auch, kommst du denn eigentlich morgen? Kurzer Hinweis, wenn ihr beide zusammen benutzt, ist es immer denn eigentlich. Niemals eigentlich denn. Dann haben wir den Partikel doch und doch benutzen wir in der Regel, um eine Aussage zu verstärken. Ich habe doch gesagt, dass du das nicht machen sollst. Oder er meinte doch, dass er keine Zeit hat. Hier machen wir die Aussage, er meinte ein bisschen stärker. Dann haben wir mal und den benutzen wir auch super häufig. Damit machen wir eine Frage oder eine Aufforderung ein bisschen höflicher. Ich kann fragen, kannst du mir den Stift geben? Ich kann aber auch fragen, kannst du mir mal den Stift geben? Und das klingt dann ein bisschen weicher und höflicher. Ich kann sagen, mach das Fenster zu. Ich kann aber auch sagen, mach mal das Fenster zu. Auch das klingt wieder ein bisschen weicher und höflicher. Als viertes haben wir dann den Partikel eben und eben drückt immer so ein bisschen Resignation oder auch Pessimismus aus. Das Leben ist eben nicht einfach. Ich werde das eben nie schaffen. Alles klar, dann habe ich jetzt wieder eine kleine Aufgabe für euch. Ihr seht jetzt hier wieder alle vier Partikel auch mit den Funktionen und ihr geht jetzt bitte runter in die Kommentare und schreibt entweder einen Beispielsatz oder auch einen kurzen Beispieldialog, wo ihr einen, zwei oder drei von diesen Partikeln benutzt. Das ist eine super Übung. Ich schaue dann wieder rüber und gucke mir genau an, ob ihr die korrekt benutzt habt und dann solltet ihr natürlich anfangen, das auch in der Alltagssprache zu machen. Dann kommen wir zum dritten Teil und das ist Umgangssprache bei Emotionen. Das heißt, wie drücken wir Emotionen in der Umgangssprache aus? In der Alltagssprache benutzen wir oft kurze Ausdrücke, um Emotionen zu beschreiben. Ich zeige dir jetzt hier ein paar typische Beispiele geordnet nach Freude, Ärger und Überraschung. Vier Beispiele, wie wir in der Alltagssprache Freude ausdrücken. Geil, läuft bei dir, mega oder auch hammer. Schauen wir uns dazu wieder zwei Beispielkonversationen an. Ich habe das Spiel gewonnen. Geil, das ist echt Hammer. Läuft bei dir. Dann haben wir auch vier für Ärger. Mensch, Mist, na toll oder auch so ein Käse. Ja genau, wenn wir Deutschen uns ärgern, sagen wir manchmal so ein Käse. Auch hierzu wieder kurz zwei Beispiel-Dialoge. Ein Zug hat schon wieder Verspätung. Mensch, das ist ja echt Mist. Dann haben wir noch die Emotion Überraschung und auch dazu schauen wir uns vier Ausdrücke aus der Alltagssprache an. Krass, ach du meine Güte, was und nicht dein Ernst. Auch die versteht man wieder am besten, wenn man sie in einem Dialog lernt. Deshalb auch hier für euch zwei Beispiel-Dialoge. Ich habe gestern 100 Euro auf der Straße gefunden. Krass, nicht dein Ernst, oder? Gut Leute, dann gibt es natürlich auch eine Reihe an Verben, die wir auch häufig in der Alltagssprache benutzen. Und ich habe mal die zehn wichtigsten für euch rausgesucht, die ihr ab jetzt auch benutzen könnt, Schrägstrich solltet. Nummer eins ist chillen und das bedeutet natürlich so viel wie sich entspannen. Ich mache heute nix, ich bleibe zu Hause und chille. Dann haben wir etwas packen. Das bedeutet etwas schaffen oder bewältigen. Ich kann dich zum Beispiel ein bisschen motivieren und sagen, du packst das. Das bedeutet das gleiche wie du schaffst das. Als nächstes haben wir auf jemanden stehen. und das bedeutet nicht, dass ich auf einer Person stehe, sondern, dass ich ein romantisches Interesse an einer anderen Person habe. Ich kann zum Beispiel sagen, sie steht auf Thomas. Das bedeutet dann, dass sie Thomas mag in einem romantischen Sinne. Man kann das auch allgemein für Vorlieben benutzen. Ich kann auch zum Beispiel sagen, ich stehe nicht so auf Pizza oder sie steht total auf Technomusik. Das machen wir aber ein bisschen seltener, häufiger benutzen wir es halt im romantischen Sinne für eine andere Person. Dann haben wir Abhauen und das bedeutet weggehen. Gut, ich haue dann ab. Wir sehen uns morgen. Wie ihr seht, trennbar. Dann haben wir Quatschen und das kennt ihr garantiert. Das bedeutet sich unterhalten. Man könnte auch sagen plaudern. Zum Beispiel lass uns bald mal wieder quatschen. Als nächstes haben wir Abchecken. Etwas oder jemanden prüfen oder auch genauer anschauen. Wir reden zum Beispiel über irgendein Thema und ich sage okay ich checke das mal ab und melde mich dann bei dir. Das heißt also ich schaue mir das nochmal genau an. Wir können das aber auch für Personen benutzen. Ich kann auch sagen er checkt die Frau ab. Das heißt er schaut sie sich genau an ob sie ihm gefällt oder nicht. Dann haben wir rumhängen und das bedeutet mehr oder weniger das gleiche wie chillen. Also Zeit verbringen ohne etwas Spezielles zu tun. Zum Beispiel wir hängen heute einfach ein bisschen rum. Als nächstes haben wir etwas echt drauf haben. Und das bedeutet ganz einfach etwas gut können. Zum Beispiel er hat Mathe echt drauf. Man kann es auch häufig so benutzen mit einer Infinitivstruktur und zwar er hat es echt drauf und dann Punkt 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 Beispiele er hat es echt drauf Bücher zu schreiben Autos zu reparieren mit Leuten zu reden und so weiter. Dann haben wir klarkommen und das bedeutet mit etwas oder mit jemandem zurechtkommen also okay sein. Ich kann zum Beispiel fragen kommst du mit der Aufgabe klar. Es geht aber auch mit Personen ich kann auch sagen er kommt nicht mit Anne klar. Das heißt die beiden verstehen sich nicht. Und als letztes haben wir dann jemanden aufreißen und auch das benutzen wir häufig in einem romantischen Kontext das ist jemanden kennenlernen. Ich kann zum Beispiel sagen er hat gestern jemanden in der bar aufgerissen das heißt er hat sie kennengelernt und wahrscheinlich sind sie sogar zusammen nach Hause gegangen. Alles klar Leute dann seht ihr jetzt hier auch noch mal kurz alle 10 Verben und ihr wisst ja was ihr zu tun habt geht runter in die Kommentare schreibt ein paar schöne Beispiele damit damit die bei euch auch im Kopf bleiben so dann kommen wir zum fünften teil und das sind Abkürzungen es gibt natürlich viele Abkürzungen oder Kurzformen die typisch für die Umgangssprache sind da ich das Video aber nicht zu lang machen wollte konzentrieren wir uns heute mal auf die wichtigste Abkürzung die ihr garantiert schon hundertmal gehört habt und zwar ist das der verkürzte unbestimmte Artikel anstatt ein sagen wir zum Beispiel n anstatt eine ne anstatt einen nenn und so weiter ich kann zum Beispiel sagen hast du ne Idee anstatt eine Idee was wir morgen machen können oder sie hat nenn anstatt einen neuen Hund oder ein drittes Beispiel ein Freund von mir kommt auch mit nochmal hört genau den Anfang ein Freund von mir kommt auch mit dieses nenn ist kurz für ein alles klar Leute dann sind wir jetzt hier schon am Ende ich hoffe dieses Video hat euch einen kleinen Überblick gegeben worauf ihr in Zukunft in der Umgangssprache achten müsst und nochmal fangt auch damit an diese Sachen in der Alltagssprache zu benutzen denn genau das macht die Sprache interessanter und ein bisschen lebendiger der Spaß daran eine Sprache zu lernen ist ja nicht unbedingt die Theorie zu studieren sondern diese dann in der Praxis anzuwenden also geht raus seid mutig und benutzt diese neuen Wörter und Strukturen und ich garantiere euch das wird euch viel Spaß machen und die Deutschen werden das auch sehr positiv aufnehmen alles klar Leute und wenn euch das gefallen hat wie immer lasst gerne ein Like und ein Abo da schreibt in die Kommentare ein paar Beispiele und wir sehen uns schon bald mit einem neuen Video wieder macht's gut Leute Tschüss